Ich habe euch in diesem Video etwas mitgebracht, auf das ich persönlich ziemlich stolz bin und das aus meiner Sicht auch ganz schön deutlich macht, warum es faszinierend ist, in Silberanlage-Münzen zu investieren und sie gleichzeitig zu sammeln. Ich habe euch hier eine Volterra-Münzkassette mitgebracht, in der eine ganz besondere Münzenserie drin ist, nämlich, wie ihr hier schon lesen könnt, die sogenannten Queen's Beasts. Das ist eine Münzenserie, die im Jahr 2016 in Großbritannien von der Royal Mint in Großbritannien entwickelt wurde und seitdem in der Welt der Edelmetallanlagenmünzen und auch in der Welt des Sammelns für Furore gesorgt hat. Eigentlich handelt es sich hierbei um eine klassische Investment-Serie, die damals schon für Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil sie eben mit dem Gewicht von zwei Unzen geprägt wurde, also nicht eine Unze wie normalerweise Silberanlage-Münzen, sondern mit dem doppelten Gewicht und mit der doppelten Dicke. Diese Serie ist unterschiedlichen Wappentieren gewidmet, die eine Verbindung haben zum britischen Königshaus und ganz konkret zu Königin Elisabeth der Zweiten. Das heißt, man kann diese Serie so ein bisschen verstehen wie ein Stammbaum oder eine Genealogie des britischen Königshauses und der britischen Adelshäuser. Es sind unterschiedliche Wappentiere zu sehen. Das Besondere an diesen Queen's Beasts oder der Ursprung dieser Queen's Beasts ist, dass sie bei der Krönung von Königin Elisabeth im Jahr 1953 als Statuen in der Westminster Abbey aufgestellt wurden, um eben auch die Tradition der Königsfamilie deutlich zu machen. Und die Royal Mint hat sich hier eben entschieden, diese Idee zu übernehmen. Und wir bei Leuchtturm haben uns entschieden, diese wirklich tolle Serie mit einer solchen Volterra-Kassette zu würdigen. Und ich finde, wenn man da jetzt auch einmal reinschaut, dann sieht man die ganze Pracht dieser Serie. Es sind insgesamt elf verschiedene Motive, Teil dieser Kollektion. Ursprünglich waren es zehn geplant. Und die Royal Mint hat sich wegen dieses sensationellen Erfolgs dieser Serie gesagt, dass sie am Ende noch eine elfte Münze draufsetzt, die sogenannte Completer Coin, die eben diese Serie abgeschlossen hat. Und das Thema Queen's Beasts war mit dieser Serie aber nicht ganz abgeschlossen. Die Briten haben sich entschieden, hier noch einen draufzusetzen, haben inzwischen eine Serie namens Tudor Beasts entwickelt, wo sie jetzt eben auf die Entwicklung und die Verflechtung der Tudor-Dynastie eingehen. Und auch diese Serie hat sich zu einem absoluten Bestseller entwickelt. Und auch für diese Serie haben wir bei Leuchtturm inzwischen eine Volterra-Münz-Kassette. Das heißt, mein Fazit zu dieser Serie ist, sie ist definitiv nicht nur für Monarchisten interessant oder für Fans der britischen Kultur, sondern definitiv auch für Edelmetallanleger und für Münzensammler. Denn einzelne Motive dieser Serie haben sich in den letzten Jahren exzellent entwickelt, haben eine Wertentwicklung hingelegt jenseits des Silberpreises. Und das ist natürlich für renditeorientierte Anleger und für Münzensammler, die eine Rarität in ihrer Sammlung haben wollen, doppelt spannend. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall die Queen's Beasts im Blick behalten. Musik Untertitelung des ZDF, 2020